Zum Saufen komme ich dann vorbei. Ja, perfekt. Sollen wir direkt hier eine Saufparty machen oder was habt ihr vor? Ja, okay, perfekt. Ja, dann kommt alle vorbei. Ich leeg kurz Adresse in Insta-Story. Moment. Ja, nächstes Rideout dann auch mit Saufen. Kommt zwar keiner mehr zurück, wir zelten einfach. Ja, Hydra, das ist jetzt an deiner Stelle auch nicht schwierig zu wissen. Willst du auch noch direkt vorbeikommen? Ja, während dem Rideout geht auch. Nur, ja, Vorbildfunktion und so. Schlecht. Ihr mit eurem Saufen, Mann. Was seid ihr alles für Alkoholiker? Was ist denn mit euch falsch? Ich bin kein Alkigofon drauf. Ja.